hallo zusammen es geht weiter mit tomb raider 1 bis 3 remastered spaß beim zusehen ich bin jetzt noch mal hier laras zu hause beziehungsweise wieder noch mal rein denn es wird ja nicht nur mir so gehen sondern uns allen die steuerung auch wenn es die modernen steuerung ist auf modernen kontrollern die ist ja alles andere als gut und das ding und habe ich so ein bisschen rumexperimentiert und ich denke bei mir daheim dass uns einen kleinen rundgang machen und ich denke ich habe was gefunden dass wir alle besser ja ich will ich sagen ist der steuerkreuz um ins musik zimmer zu gehen nehmen können ist ja kein echtes aber uns besser bewegen können auch gibt es ja in der modernen steuerung einen kleinen fehler das wird uns lara aber gleich sagen beziehungsweise gibt uns eine anweisung die wir nicht mit der modernen steuerung durchführen können standardmäßig ist ja hier auf r3 wenn ich den stick nicht drücke die klassische rundum sicht die man immer auf dem r3 stick hat samstiger 3 also im rechten samstig und wenn ich dann lass uns ein bisschen herumtoben die sprung taste wenn ich standardmäßig den samstig drücke dann rastet er ein und ich habe sozusagen die feste umsicht von lara die kamera ist dann hinter ihr eingerastet und ich sehe alles von hinten an mich aber nicht mit lara logischerweise bewegen weil der stick eingerastet ist und jetzt war mein über idee das drücken von r3 also diese um sie funktion um zu programmieren dass ich habe gestanden ist die modernen steuerung und hier unten schauen ist er also nicht eher drei sollen hier steht nur er ist ja in dem fall er drei so welche tasten habe ich frei ja ich hatte mich entschieden weil das vielleicht fürs arbeiten oder fürs game einfacher ist das ganze auf rb zu legen beziehungsweise dann aber play sie wäre das ja dann logischerweise l1 also ich denke das könnte gut sein zumindest komme ich damit besser zurecht also schauen auswählen und rb drücken wer die taste jetzt schon belegt wäre gewesen wäre würde wäre eine andere taste weg geflogen und dann hätte ich die neu überlegen müssen alle anderen tasten denke ich sind ganz gut b ist ja der klassiker bei vielen spielen rollen oder sich eventuell ducken bezieht ja x ist in dem fall gehen muss man sich überlegen ob man es auf x haben möchte aber es ist eine ganz wichtige taste bei lara sonst stürzt lara ständig irgendwo ab aber würde ich auf also springen würde ich auch lassen denn das ist ja die taste die man am schnellsten daumen erwischt außer man hat ein scuff oder sonstigen controller der mehr tasten zu verfügen hat oder beziehungsweise wo ich die aktionstasten auf andere träger tasten legen kann das kann sich natürlich selbst jeder selbst überlegen aber ich habe das jetzt im standard xbox controller gemacht so den rest hier da habe ich jetzt noch nicht so großartig umgedoktert vibration kann von mir das anbleiben todzone ja ist für den stick wann er sozusagen tot gehen soll und dann nicht mehr reagiert alles andere würde ich so lassen aber es klingelt gerade bei mir moment an der empfindlichkeit habe ich auch so ein bisschen rum gespielt aber ich denke mir empfindlichkeit 5 ist gut ja da ich rechtshänder bin muss ich horizontal und vertikal nicht umkehren das finde ich für mich ganz angenehm so so jetzt aber der unterschied wenn ich jetzt r3 drücke passiert logischerweise nichts ich kann r3 weiter bewegen kann laufen drücke rb und kann mich sofort weiter bewegen ohne zu drücken also das finde ich äußerst angenehmer kann mich ganz schön umgucken drückt wieder rb und nachher läuft weiter was leider nicht geht ist dass die kamera permanent lager folgt jetzt machen wir kurz bei die übungen sie sagt ja halt dass sie drücken und springen bzw spring und falltaste so nach vorne echt nach hinten springt kann daran ich sie dreht sich immer um also man kann nie rückwärts sich in echt bewegen und das gesicht vorne lassen sondern die nächste die große halle tut mir leid wegen der kisten ich habe ein paar sachen eingelagert und weiß nicht wohin damit die nächste änderung auf eine kiste zu und während du das steuerkreuz hochgedrückt hält drückt die handlungstaste dann kletter ich rauf die ich für interessant finde kann ich euch gleich zeigen wenn wir im nächsten ist noch in den nächsten räumlichkeiten sind hier ist auch nichts interessantes rechts von uns ist noch ein kleines geheimnis für die jene das noch nicht gefunden mal der ballsaal aber ich benutze ihn als turnhalle gefunden haben hier dann lass uns mal ein paar lockerungs übungen machen wenn man dieses gold hier einmal einmal anguckt dann kriegt man ein kleines achievement aber ansonsten bringt das nicht so jetzt erklärt lager gleich was was nicht richtig funktioniert natürlich nicht überall hin wenn ich besonders vorsichtig sein möchte gehe ich halt die g-taste gedrückt und bewegt mich zum weißen strich während du die g-taste gedrückt hältst kann ich nicht herunterfallen selbst wenn du versuchst wenn du dich umsehen willst halt die sehtaste gedrückt und drückter steuerkreuz in die gewünschte blick richtung und das geht es mit rb nämlich viel einfacher finde ich und das will da nicht nicht ordentlich gesprungen das macht sie alles noch normal wenn ein sprung zu weit für mich ist kann ich mich an der kante festklammern damit ich nicht herunterfalle geht zur kante mit dem weißen strich bis ich stehen bleibe drückt dann die sprungtaste und gleich danach das steuerkreuz hoch drückt jetzt während ich noch in der luft bin die handlungstaste und halte sie gedrückt so lara drückt das steuerkreuz hoch damit ich hochklettere schafft es mit so einem normalen sprung ich meine wenn ich hier diese diese touren geräte dieses quadrat der touren geräte als ein feld sehe schafft lara es mit so einem sprung gut zwei felder zu überspringen das sind gut zwei felder jetzt gehen wir erstmal hier hoch wenn ich anlauf nehme bekomme ich so einen sprung problemlos hin und jetzt erklärt lara nämlich was was nicht funktioniert geht zur kante mit dem weißen strich bis ich stehen bleibe lasst dann die g-taste los und drückt das steuerkreuz kurz hinunter jetzt nämlich anlauf drückt das steuerkreuz hoch und sofort danach die sprungtaste halt die sprungtaste gedrückt ich springe erst im letzten moment so und das geben nicht in dem spiel wenn ich jetzt das steuerkreuz nach hinten drücke egal ob ich das d-pad nehme oder den linken samstig macht lara folgendes sie läuft dreht sich um und läuft irgendwo hin das kann ich noch mal machen ja eigentlich müsste sie drei oder knapp zwei schritte und ein bisschen zurückgehen bis hier zum ende der kante dann anlauf nehmen und springen damit sie diesen sprung schafft jetzt ist meine idee damit das einfacher funktioniert zumindest hier im ballsaal wir gehen zurück mit lara drücken lt dann lässt lara sicher hier fallen und bleibt gleichzeitig an der kante hängen und dann hat sie zumindest ist das mein empfinden genug platz für den anlauf also einmal kurz testen so und wenn ich jetzt nämlich hoch gehe ist lara perfekt ausgerichtet gerade und müsste das jetzt eigentlich locker schaffen geschafft so das ist ein richtig großer leite den sprung genauso ein wie eben erklärt aber wenn ich in der luft bin drückst du die handlungstaste und hältst sie gedrückt dann kann ich mich an die kante klammern wenn ich den sprung jetzt gesagt ich kann ja nicht so machen wie lara das sagt ich soll ja bis zur kante vorgehen dann steht sie so ein bisschen leicht betrunken ich bald gesagt wenn ich jetzt wieder nach hinten drücke läuft sie irgendwo hin also das gleiche in grün ich gehe zurück lass lara darunter fallen drückt die handlungstaste in dem fall rt jetzt was falsch wird dann kannst du dich auch so machen jetzt steht sie natürlich auch perfekt aber wenn ich das im spiel mache ich bin in irgendwelchen höhlen oder irgendwelchen tempel etc dann kann ich das ja aus gewisser höhe nicht mehr machen weil ich dann eventuell tot bin dann muss ich mich so fallen lassen und jetzt kann ich hier mich schön anlauf nehmen springen handlungstaste drücken und lara landet perfekt so den sprung dürfte sie nicht schaffen das ist ist noch mehr als als zwei einheiten oder drei sogar sowie test sommer hier ist einfach hoch hochziehen jetzt steht klar perfekt das schaffe ja schaffe ich versuche mal hier hoch zu klettern doch ich kann hier nicht hoch klettern weil die lücke zu schmal ist wenn du aber das steuerkreuz nach rechts drückt angele ich mich seitlich durch bis genug platz zum hochziehen ist so muss ja auch noch festgestellt habe ich mal die kamera an damit lara sich langsam umguckt und und auch beim sich bewegen nicht so hastige ruckartige bewegung macht jemand der einen ich sag mal etwas besseren kontrolle hat bei dem man auch die samstix programmieren kann dem würde ich empfehlen die nicht ganz so ich sag mal so hart einzustellen dass die so schnell reagieren das kann man ja auch programmieren das geht zum beispiel mit dem xboxenite kontrolle ist das möglich mit scuff an sich geht das jetzt zum beispiel nicht zumindest den scuff den ich besitze der kann das nicht aber da kann man sich behelfen es gibt ja im zugehörhandel für jemanden der das sowieso braucht oder hat sogenannte eben ringe das sind so kleine dämpfungs ringe die kann man über die samstix ziehen wie so eine socke sieht das dann aus dieser person ring ist meistens aus schaumstoff oder silikon und die sorgen dafür dass man mit dem samstix nicht so leicht veräumt ist eventuell auch für den einen oder anderen interessant der game shooter spielt und immer perfekt treffen möchte er kann das auch benutzen ich habe jetzt diesen kontroller den ich habe da habe ich jetzt einen längeren stick drauf gebauten rechten dann habe ich auch ein bisschen mehr kontrolle und deshalb kann ich mich kann ich jetzt hier perfekt mich im kreis ganz langsam bewegen und überall hingucken wobei das jetzt ja nicht die umsicht von lara ist sondern ich nenne es bei den drohnen ansicht so wenn ich jetzt ein raste dann kann lara logischerweise nur so gucken wie sich wie sie ihren kopf wegen kann nach oben oder unten so mehr geht dann logischerweise nicht und jetzt runter mit ihr zack wenn wir eine runde schwimmen dann kann ich das ganz kurz schwimmen gehen kurz noch eine ergänzung zeigen mit der sprungtaste und dem steuerkreuz steuerst du mich unter wasser das kann ich euch hier leider in laras so jetzt lege ich erstmal die nassen sachen ab den laras zu hause nicht zeigen ich würde sagen um das zu zeigen brauche ich ganz dringend eine waffe am besten die beiden pistolen ja ich überlege hat verlorene zahl ich denke mal das kann ich zeigen indem ich noch mal das ende hier von von sans francis folly noch mal kurz lade so da habe ich ja gerade aufgeschlossen gegner sind keine mehr da jetzt können wir das mit dem mit dem anlauf nehmen noch mal über den perfekten ausrichten noch mal machen ich spreche aber erstmal hier hoch hier ist schlecht zu zeigen mit dem perfekten ausrichten weil ich hier kann anlauf nehmen kann wo müsste ich denn da oben kann ich das zeigen also muss ich erstmal hier hin hier an der geraden ist auch schlecht ich springe jetzt einmal darüber nehme ich hier hingehe so so jetzt glaube ich irgendwie rum lara steht komisch und ich muss jetzt in dem fall die würde sogar ohne anlauf gehen aber ich müsste jetzt eine schlucht überqueren die ja sehr weit ist dann war ja die erklärung die nicht funktioniert von lara ich gehe an die kante drückt einmal zurück ja dann müsste lara sauber zurücklaufen und macht sie nicht aber es geht lara kann sauer zurück in dem man jetzt die pistolen zieht und dann den schritt zurück macht jetzt macht lara genau das was sie eigentlich ohne pistolen machen sollte was nicht funktioniert und jetzt kann ich nämlich anlauf nehmen und kann dann einen weiten sprung machen so wobei ich diesen sprung natürlich auch so schaffe allerdings habe ich das ist nur mit der pistole probiert mit der papp geht das nehme ich leider meine ich leider nicht das können wir kurz mal ausprobieren ist für mich auch hier erst test das habe ich noch nicht gemacht es könnte sein dass mit der pump nicht geht da die pump jetzt leer ist test wird mal ein stückchen doch mit der pump jetzt auch also scheint bei lara die waffe egal zu sein sobald sie die waffe in der hand hat kann sie perfekt sauber schrittweise nach hinten springen ja wie gesagt sonst habe ich nichts verändert ich werde das ganze auch noch mal spaßeshalber die nächsten tage auf der place testen das wird aber genauso funktionieren ich spiele dann gleich hier weiter sagt danke fürs zusehen tschüss bis zur nächsten folge macht's gut